Du musst beide fragen. Darf ich eintreten? Darf ich eintreten? Und dann fühle ich mich ganz lang so weit in dieses Zugang. Und das EINFÜHLEN, ich sag's nochmal, lasst euch die Zeit. Die Länge ihr Zeit habt, um so einen längeren Kilo für mich werde ich das 10. Weil es geht um das FÜHLEN. Vorher haben wir den Verstand gehabt, wir haben alles synchronisiert. Und ab dieser Brücke, bis hierher, bis hierher ist der Verstand. Ok? Die Stufe 8. Ab dieser Stufe, ab hier. Lasst es laufen. Ok? Einfach laufen, was denn ihr seht hier im Film. Da wird so ein Brücke gehen, ins Wasser. Und nochmal. Ich denke, jetzt ist jeder ein bisschen müde, sonst kommen wir ganz leicht in den Äuferzustand rein. Weil das ist mit Aufsicht. Es gibt empirische Untersuchungen, wir sind jetzt sogar noch ein bisschen zu früh. Das ist aber ein bisschen zu früh. Aber dann wird das Titelmsschen, das ist ein bisschen zu früh.